Und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Sparks Challenge, ja Folge 8. Beim letzten Mal ist leider aufgefallen, dass Folge 2 irgendwie gequasht ist. Ich habe keine Ahnung, wodurch das passiert ist. Ich habe natürlich das Problem jetzt, mir fehlt die Folge 2. Das heißt, in Folge 2 habe ich glaube ich beim letzten Mal dann irgendwie... Was habe ich denn da gehabt? 2 Position 2. Ich glaube irgendwie Unterschlupf oder das Bettbauen hatte ich dann gehabt. Ich will mal offen, das wird nachlichtig gesehen hier. So, wir waren jetzt auf dem Weg nach Hause, weil ich hatte doch Kürbissamen, ne? Irgendwas hatte ich doch dabei. Oder den M-Wild und den Kürbissamen, genau. Das wollte ich anbauen, damit wir auch beim nächsten Mal weiterarbeiten können. So, jetzt ist mein Schwert kaputt, ja. Dann versuchen wir mal schnell nach Hause zu kommen. Denn ich wollte eigentlich Melonen haben, aber da ist halt der Typ irgendwie kaputt gegangen, keine Ahnung. Ich weiß nicht, Äpfel hatten wir irgendwie auch noch dabei oder sowas. Keine Ahnung. Das werden wir gleich zu Hause sehen. Ich werde jetzt vier Folgen machen, danach wird Centus wieder dabei sein. Haben wir nämlich schon abgesprochen, dass wir jetzt erstmal, dass ich noch sozusagen die Folgen einhole mit ihm. Dass wir beide gleich auf Folge 11 sind und dann werden wir gleich weiteres zusammen machen. Das bezieht sich natürlich auch darauf an, wie schnell ich hier vorankomme. Ich habe nämlich überlegt, da ich Eisen habe, werde ich mir ein paar Eimer craften und die Lava mal holen. Denn dann können wir schnell uns ein Helm-Portal machen und schon mal weiter hier kommen. So, warte mal, da vorne ist doch mein Haus dann, oder? Ja, da vorne ist mein Haus, da kommen die ganzen Zombies an. Da werden wir uns selber schnell nach Hause... Oh, da ist schon wieder so eine... Wie kommen die Kühe denn immer hier raus? Boxen die, die sich gegenseitig raus, oder was? Schönen da bleiben. Ich höre nicht die bösen Buben um die Ecke, da müssen wir mal ein bisschen die Sounds... Ach, Erfolge brauche ich nicht, die Sounds wollte ich ein bisschen höher machen. Drei habe ich noch. Machen wir mal ein bisschen lauter, so. Machen wir noch ein paar Eisenschwerter, brauche ich. Und dann wollte ich noch ein paar Eimer machen. Machen wir mal zwei, drei, drei. Machen wir drei Eimer, sieht die Rüstung aus, sieht auch noch gut aus. Das Fleisch wird hier fast dringend gebrannt. Dann werden wir eben noch ein Schwert hier zusammen zimmern. Zwei, drei, eins, zwei, drei. Und so. Wolle brauchen wir ja für alles andere nicht. Wir können die, glaube ich, stacken, ne? Genau. So, das wollte ich erstmal alles weg tun. Die Kartoffeln werden noch gebrannt. Die werde ich gleich anbauen. Sand kann weg. Ah, die Kohle, die schmeiße ich jetzt mal. Machen wir mal vier Stück hier rein. Dass ich wieder ein bisschen Fleisch habe. Dann mache ich mir noch ein paar Fackelnstickys habe ich da. Ah, machen wir ein paar mehr. Ich glaube, da sollte man mit auskommen. So. Das haben wir, das haben wir. Jetzt können wir die Karte erstmal... Nein, die können wir bei uns behalten. Damit ich ungefähr weiß, wenn ich irgendwo in der Nähe bin, dass ich doch da bin. Oder ich kreffe mir noch einen... ...en Kompass zur Not. Also schnell geht aber wieder alles weg hier. Ich muss nämlich auch nebenbei auf die Uhr gucken, wie schnell wir denn werden hier, Kompass. So. Sollen wir mal eben schnell schlafen? Dann speichert das nämlich mit dem Kompass hier alles. Na, komm, mach her. Genau. So, jetzt werde ich hier sagen, Geronimo raus. Bevor ich das mache, eben noch was reinschmeißen hier. Dann ist ein Enderman, höre ich. Der braucht man nämlich auch für Enderperren. Aber der backt sich, glaube ich, auch hier überall rum. Oh, Creeper, nein. Jawohl, nice. Wie kommen die Köder denn immer raus? Hauen die sich hier gegenseitig raus? Geht mal wieder zurück. Geht mal wieder zurück. Wie komme ich denn jetzt hier raus? Ach, da hatte ich doch eine Tür hier vorne geboren. Och, okay, schubst euch doch nicht immer in die Gegend. Sonst müssten wir nämlich mal hier eben was wegmachen. So. Das kommt nicht mehr weg. Die Kürbisse brauchen wir A für die Schneegolems. Das war, ich glaube, wir bauen, wir müssen einen bauen, ne? Bauen einen Schnee, genau. Und ein Eisengolem. Der Schneegolem wird natürlich nicht lange überleben hier in der Wüste. Aber der Eisengolem will ich hoffen, dass er lange überlebt. So. Wo bauen wir denn hier mal ein paar an? Habe ich Erde mit? Erde habe ich mit? Super. Ach, kein Fleisch. Erde. Jeho habe ich auch dabei. Dann machen wir mal hier. Einfach mal. Quartin. So. Eins, zwei, drei. Fertig. Man kann ich gerade auch nicht veranstalten. Sowieso kaum Platz hier. Das heißt, es wird sowieso alles knapp werden. Ich hätte doch ein Ei. Vielleicht kriegen wir sogar ein Hühnchen da raus. Schade, leider nicht. So, jetzt holen wir mal fix noch die Lava hinten weg. Wenn ich wüsste, wo die jetzt war. Die war auf jeden Fall auf dem Weg. Hier unten. Eier Welp, die baut sich so schrecklich auf. Ich glaube, ich sollte die Winter Distance wieder ein bisschen weniger machen. So, immer schönen Fackeln folgen hier. Da vorne ist. Wir können auch, Moment. Meine Karte habe ich jetzt nicht mit, aber hier vorne ist See. Dann würde ich sagen, wir bauen uns doch gleich was anderes. Wir bauen uns doch schnell das Portal da hin. Eins, zwei mitnehmen. Dann können wir nämlich eine Wassergrube hinsetzen. Also, ich habe immer noch das, glaube ich, 32er Texture Pack drin. So, ich mag so das leichtpixelige noch hier gerade drin. Ist ja nicht so dieses Aufwendige, dass wir so viel Grafik brauchen. Und deswegen reicht das auch vollkommen, glaube ich. So, Wasser-Ding ist da. Jetzt haben wir Eimer. Jetzt haben wir Sand. So, vier Runden rein. Den brauchen wir auch nur da. Und dann brauchen wir jetzt hier die Eimer. Zack, zack. Dann können wir uns gleich noch einen dritten schnappen. Und die füllen wir jetzt hier ganz gemütlich erstmal rein. So. Einmal wieder Wasser hier rein. Aber wir kommen doch gleich so. Dann machen wir das so. Ach, das geht. Ah, okay. Dann müssen wir das davor irgendwie machen. Äh, so. Genau. So. So. Dann können die Lover auch nicht weiter weg. Zack. Dann können wir nicht mehr schnell noch ein Hellenportal hier hinzimmern. Warte mal. Wie komme ich denn jetzt am schnellsten da hin? Brauche ich irgendwie Sand oder so? Ja, oder dat. Das hier irgendwie hin. Und dann so. Und dann so. Abbauen. Daneben setzen. Das gleiche Spiel jetzt noch weitermachen. Bis wir eigentlich, wie gesagt, ein Hellenportal haben. So, danke. Dann hier. Das kann jetzt im Moment dauern, bis wir das Hellenportal, wie gesagt, fertig haben. Ich bräuchte aber noch irgendwie ein bisschen Sand. Und wie viel haben wir denn? Sechse. Ach, dann machen wir mal. Zwei in zwei. Sandstein. Dankeschön. Jetzt brauchen wir mal wieder Lava. Zack. Zack. Warte, wie viel hoch brauchen wir denn? Wir brauchen eins, zwei, drei. Wie viel haben wir denn? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Acht, neun. Dann kommt hier noch der Zehnte hin. Der kommt dann so und dann so. Und jetzt kommt nur noch oben drauf das. Was ich nämlich vermute so. Oh, das ist jetzt ein bisschen knifflig. Aber machen wir das einfach so. Zack, zack. So, jetzt brauchen wir noch einmal Lava. Dankeschön. Einen da hin, einen da hin. So, jetzt haben wir doch schon ein Hellenportal, ne? Jetzt brauchen wir nur noch ein Feuerzeug. Und dann können wir das schon aktivieren. Und haben sozusagen den nächsten Punkt geschafft. Hier noch ein bisschen verfeinern. Fertig. So, das machen wir nochmal im Fix. Das schaffen wir, glaube ich, auch. Wir schaffen auch, glaube ich, noch zwei andere Dinge. Das hier, wir haben, warte mal, das war noch, äh, finde, ja, finde Kürbissamen. Kürbissamen haben wir. Die können wir nämlich auch, warte mal, die können wir abhacken. Die sind nämlich zu Hause. Kürbissamen sind abgehakt. Finde ein Villagerdorf. Das habe ich auch schon mal gehabt. Das war ich, ich weiß nicht, wann das war. Muss ich mal nachschauen. Weil das hatte ich ja auch gefunden. Das Villagerdorf. So. Kürbissamen sind ja auch noch da. Beziehungsweise, ich habe es ja, ja, gefunden. Ich habe ja die Kürbisse gefunden. Das würde ja, glaube ich, auch zählen. So, die können dann wachsen. Dann schauen wir mal eben. Das brauchen wir nicht, das brauchen wir nicht, das brauchen wir nicht. So, das Schwert hier unten nimmt man den Slot. Das brauchen wir nicht dafür. Äh. Habe ich keinen Kies? Warte mal da. Doch, doch. Dann können wir Flinten in Steel machen. Und, ich habe doch Gold gehabt, Gold. Dann brauchen wir einen Apfel dafür und eine Karotte. Dann machen wir erst das hier. Flint and Steel. Dann rüsten wir das erst aus. Ach, dann. Äh, guck mal, Bauern. Äh, genau. Bauern-Hörn-Portal. Ne, wisst ihr was? Wir machen das in der nächsten Folge. Und zwar werden wir jetzt nochmal eben die anderen Sachen kürften. Ich glaube, den schwachen Apfel hieß es. Einmal den schwachen Apfel. Und ich meine zu wissen, dass das mit der Gold-Karotte so ging, ne? Eine goldene Karotte. Haben wir beides. Und zwar, jetzt muss ich gerade schauen. Ähm. Jetzt muss ich gerade schauen. Warte, das ist Folge 8. Das ist 8 gewesen. Und jetzt haben wir noch die anderen Anbrenn-Seiten geschafft. Und das ist zwar hier. Kröfte, ein goldenen Apfel. Der schwache. Haben wir. Äh, Zeit haben wir auch noch. Und ich glaube, eine goldene Karotte war auch das Ziel. Da haben wir sie doch. Da. Punkt 18. Können wir alles beides abhaken. Das haben wir nämlich auch geschafft. Ja, wir haben noch ein bisschen vor uns. Also das ist nicht so, dass wir das nicht haben. Das werden wir auf jeden Fall für die Hölle gebrauchen. Oder irgendwie für den End-Boss oder so. Keine Ahnung. Dass wir das auch noch schaffen. Äh, dann würde ich das gleich mitnehmen noch. Ein Schwert habe ich mit einer Pickaxe. Da haben wir noch eine. Und für die Hölle brauchen wir unbedingt mehr, äh, Steine oder so. Dass wir ein bisschen mehr da Unfug treiben können. Beziehungsweise schneller stacken können. Irgendwie hier noch ein bisschen wegholen. So. Na komm, ein bisschen hier. Noch mitkloppen. Dann machen wir in der nächsten Folge einmal schnell Hölle. Einmal kurz reingehen. Vielleicht finden wir schon eine Festung oder sowas. Äh, dann müssen wir ja Blazehorts haben. Allein für den Braustand. Dann brauchen wir noch das Enchantment-Book. Da brauchen wir Diamanten. Die finden wir bestimmt irgendwie, wenn wir mal eine Runde Mine gehen. Das könnten wir eigentlich danach machen. So, so, so. 9, 8. Beziehungsweise 8, 10. Ach, äh, 19. Hölle machen. Und 11. In Folge 10. So ungefähr zusammen. Noch ein bisschen Mining gehen. Und dann irgendwann uns auf Versuche machen, dass wir wenigstens die anderen Sachen finden. Portale. Ähm. Ich glaube, Tempel waren auch noch die, äh, eine Sache. Dann irgendwie Bücherregale noch aufstellen. Dafür. Da werde ich extra noch einen Raum hinschaffen. Leider dürfen wir nichts offline machen. Das heißt, äh, es wird natürlich Zeit jetzt ent... genommen, dass wir dies auch so schaffen. Aber ich glaube, das sollten wir hinbekommen. So. Äh, macht der Kompass nicht mehr wie beim... So, wo ich hin muss? Der zeigt mir jetzt da hin. Okay, dann zeigt er mir da hin, wo ich, äh, meinen Spawnpunkt hatte. Okay, alles klar. Das ist jetzt natürlich nicht, was ich wollte, aber kann ich nichts ändern. Müssen wir so hinnehmen. Ähm. Ja, da ging es nicht mehr weiter. Das war ja beim letzten Mal schon klar. Aber wir haben hier noch ein bisschen Bambus. So, so. Bambus rein. Oh, 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 das reicht. Das können wir gleich in der Hölle benutzen. Dann wollte ich hier noch ein bisschen Kühe züchten. Ja, guck mal her, cool, Moose. Eins. Zwei, schon mal ein bisschen wieder züchten, damit wir Leder haben. Und Holz brauche ich beim nächsten Mal, weil ich Bücher habe, ja. Dann würde ich schon mal hier die Spitzhacke schwingen und hier ein bisschen schon mal abklappern. Ja, schaffen wir noch, dass wir ein bisschen die Ende der Folge noch ein bisschen Holz sammeln. Und dann gehen wir bei der nächsten Folge in die Hölle rein. So. Einmal Holz. Dankeschön. Und hier ist auch noch was. Dann nehmen wir gleich alles mit. So, da ist noch ein Baum. Ah, wir können doch hier die Schweine mitnehmen, oder? Komm her, Schweinchen. Wir nehmen euch gleich mal mit. Komm mal mit. Kommt auch mal mit. Komm. Komm, Schweinchen. Komm. Komm. Komm mit. Kommt schon. Die sind ja auf jeden Fall schneller. Man merkt es. Also wenn man noch rückwärts geht, dann schafft man das auf jeden Fall, die immer mitzunehmen. War ja sonst nie der Fall so, dass wir die immer direkt mitnehmen konnten. Ja. Kommt, ihr Schweinchen. Okay, hier ist der Zaun schon. Schnell, 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 schnell. So, ein Schweinchen ist drinnen. Komm her. Na, Zombie. Komm her, Schweinchen. Nein, 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 nein. Komm, Schweinchen. Hopp. Hopp. Haut einfach mal ab. Oh nein. Jetzt... Das wollte ich eigentlich nicht. Aber ich muss euch sagen, wir müssen die Folge beenden. Und dann sehen wir uns gleich in der nächsten Folge. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.